Der Traum von der eigenen Currywurstbude in El Arenal auf Mallorca ist für Patrick Lorenz wahr geworden. Seit 2016 lebt der Goodbye Deutschland-Auswanderer auf der Partyinsel und betreibt sein Crazy Currywurst-Haus. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten könnte es heute allerdings beruflich kaum besser laufen. Doch eben nur beruflich, denn immer wieder werden Gerüchte über eine Trennung von seiner Anja laut. Während Patrick sich auf Mallorca seinen Traum erfüllt, bleibt seine Ehefrau mit den beiden Kindern in Deutschland zurück. Mit seinem neuesten Posting auf Instagram nimmt der Gastronom den Kritikern jetzt aber den Wind aus den Segeln. Er teilt dieses Foto seiner Partnerin, auf dem die einen Kussmund macht. Zu dem Bild seiner hübschen Frau schreibt der Auswanderer, mehr muss man nicht sagen und ergänzt sein Posting mit einem Herz und drei Ausrufezeichen. Die Fans sind begeistert und kommentieren fleißig. Hübsch und toll sieht deine Frau aus. Und auch Anja kommentiert das Foto. Du bist ja süß, hoffe, das sagst du auch in 30 Jahren. Mit diesem Schnappschuss beweist Patrick eindeutig, wie sehr er die hübsche Blondine und Mutter seiner Kinder liebt und dass es keinerlei Anzeichen für eine Trennung des Traumpaars gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.